Herzlichen Glückwunsch zu deinem neuen Fahrrad. Wir freuen uns, dass wir dir beim Finden deines neuen Citybikes oder E-Bikes helfen konnten. Gerne helfen wir dir mit dem Einstellen deines neuen Fahrrads. Hierzu haben wir ein paar Schnellstartvideos erstellt. Dort erfährst du Schritt für Schritt, wie du dein Fahrrad an deine Bedürfnisse anpasst und wie du sicher unterwegs bist. Wir zeigen dir, wie du dein E-Bike ein- und ausschaltest, wie du den Akku auflädst oder die richtige Sitzposition einstellst. Möchtest du mehr zu einem bestimmten Thema wissen, wie zum Beispiel Schlösser oder Fahrradkleidung? Dann findest du diese Informationen in einem unserer Schnellstartblogs für Fahrräder auf mantel.com. Viel Fahrspaß!